Herzlich Willkommen in Hurundi. Wir sind bei der Übung Nummer 7 angelangt. Hier haben wir jetzt kein X mehr, sondern die rechte Hand spielt, das steht unten dabei, auf dem Right Becken. Das heißt, rechte Hand, Right Becken. Linke Hand spielt auf der Snare Drum. Und zusätzlich haben wir noch unsere beiden Füße dabei, also alle vier Gliedmaßen. Rechter Fuß spielt mit der rechten Hand zugleich. Linker Fuß, also Hi-Hat, spielt mit der linken Hand, also Snare Drum zugleich. Achte wieder gut darauf, dass das wirklich ein Schlag ist, dass du das Gefühl hast, du hörst nur einen Schlag. Nur oder. Okay. Das heißt also, wir wechseln rechts und links ab. Probieren wir es einmal gemeinsam, langsam durch. Gut. Wir üben im Viererschema. Eins, zwei, drei, vier. Okay. Wenn es dir zu schnell ist, ruhig einmal langsam probieren, aber länger durchspielen. Vielleicht hast du auch die Möglichkeit, dass du dich selbst aufnimmst beim Spielen. Heutzutage kein Problem mit dem Handy oder irgendwas. Und dann einmal anhören. Schau mit bei den Noten zur Kontrolle und hör wirklich darauf, dass das wirklich ein Schlag ist. Auch wenn mehrere Sachen zugleich sind. Man soll nur einen Schlag hören. Sehr gut. Wir kommen weiter zur Nummer 8. Vielleicht hast du schon herausgefunden, wie der österreichische Komponist heißt, der ganz viele Stücke im Dreivierteltakt gestimmt hat. Nämlich der König. Okay. Es ist also ein Dreiertakt, der gleich wieder bei 1 beginnt. Also nicht Pause machen auf 4 und warten, sondern wirklich. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gleich weiter zählen. Wir schauen uns an, was passiert. Die rechte Hand spielt am Becken und zugleich mit dem rechten Fuß. Die linke Hand spielt auf das Netrun, zugleich mit der Hi-Hat auf 2 und auf 3. Also zweimal hintereinander. Achtung, ich zähle vor und wirklich nur einen Dreiertakt. 1, 2, 3. Okay. Wir gehen weiter. Es kommt wieder ein Vierertakt, ein Viervierteltakt, die Nummer 9. Bei dieser Übung fällt jetzt nichts zugleich, sondern es wechselt alles ab. Wir müssen einfach die Reihenfolge uns anschauen. Nämlich rechter Fuß, linke Hand und rechte Hand. Genau diese Aufteilung. 1, 2, 3. Und es geht los. 1, 2, 3. Und es geht los. Okay, zur nächsten Übung, die Nummer 10. Wir schauen einmal, was hier passiert, nämlich die rechte Hand spielt immer durchgehend. Sie spielt vier Schläge am Right Becken. Die linke Hand kommt auf zwei und auf vier dazu. So, auch hier wieder aufpassen, dass das nur ein Schlag ist, der hörbar ist. Also, einmal langsam. Und im Viererschema. Sehr gut. Also, ich wünsche dir wieder viel Spaß beim Üben. Wenn du diese Übungen gemeistert hast, geht es weiter zum nächsten Video in die nächste Koordination. Viel Spaß beim Üben. Tschüss.